Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold. Ja, da kommen wir beim zweiten Podcast von Rockstar TV, Podcast auch genannt. Zu Gast habe ich hier einen jungen Mann. Ich stelle ihn euch mal ein bisschen vor. Andreas Steinecke, Unternehmer aus Essen, gebürtig aus dem Süden des Landes, Mountainbike-Fahrer seit etlichen Jahren. Zweimal die Mega-Lowance gefahren, aber hey, warum erzähle ich das? Stell dich mal bitte vor. Ja, ich bin der Andreas und ich freue mich heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Es ist immer schön zu podcasten, zu podcasten. Jetzt auch nochmal schön das Ganze nochmal erwähnt. Und ja, und ich muss dich leider kurz korrigieren, ich habe die Mega-Lowance schon ein bisschen mehr als zweimal gefahren. Ich habe sie nämlich dreimal gefahren. Und ja, aber das ist ein kleines, aber feines Detail. Ansonsten hast du eigentlich quasi schon alles mehr oder minder richtig gesagt. Also ich bin hier im Essener Süden ansässig, in Essen-Werden und betreibe zwei Unternehmen. Das eine ist Trieberg-Bike-Reisen. Da geht es, wie der Name schon sagt, um Fahrradreisen. Vor allen Dingen Mountainbike-Reisen. Und ab diesem Jahr, sofern es irgendwann mal möglich sein sollte, auch ganz neu im Programm Gravel-Bike-Reisen. Und das andere Standbein, was ich habe, ist Mount 3. Das ist ein Klamotten-Label, auch wiederum ein Mountainbike und jetzt auch neu ein Gravel-Bike-Klamotten-Label, wo es darum geht, dass wir die Leute mit frischen, schönen Motiven versorgen. Und das sind Jerseys, das sind Trikots. Und auch ganz neu seit letztem Jahr haben wir noch ein Sub-Label, das nennt sich Ruhrpott-Jerseys. Und da ist auch wiederum der Name-Programm, da geht es nämlich um Motive aus dem Pott. Und das ist sehr gefragt, das finden die Leute total cool. Ich finde es auch total cool, das mache ich zusammen mit einem guten Kollegen von mir, dem Chris Fahling. Der unterstützt mich da auch beim Design. Und gemeinsam haben wir das aus der Taufe gehoben und wollen das jetzt ganz, 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 ganz groß machen. Ja, schön, das Ganze mal zu hören. Aber ich sagte ja auch vorhin eingangs, du kommst aus dem Süden, wo war das nochmal genau her? Ich komme gebürtig aus Freiburg im Breisgau. Das ist auch ganz inoffiziell die Hauptstadt des Mountainbikens, weil man da tatsächlich unheimlich gut und unheimlich viel Mountainbiken kann. Die Stadt tut da sehr viel. Es gibt einen Verein irgendwie, der ortsansässig ist, der sage und schreibe 1500 Mitglieder hat. Es gibt offizielle Trails, vier Stück an der Zahl, oder ich glaube mehr sogar als vier Stück. Also das ist ein wirkliches Mecca. Tolle, tolle Stadt, tolle Gegend, super. Kann ich nur empfehlen. Ja, und dann stellt sich nicht die Frage, also mehr auf jeden Fall, warum aus diesem Mecca, aus diesem Heiligtum der Mountainbike-Fahrer, warum um Gottes Willen in den Ruhrpott und dann noch nach Essen? Tja, also ganz ehrlich, das haben mich die Leute da unten, also meine Freunde, die ich da schon seit Jahren habe, die haben mich das auch immer gefragt, warum zur Hölle gehst du denn in den Pott? Also als ich mein Abitur gemacht habe, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, viele Jährchen, ist es so gewesen, dass man eigentlich die Stadt dann verlässt, weil Freiburg ist zwar wunderschön, aber halt irgendwie auch so ein bisschen Provinz. Also es liegt im Dreiländereck zwischen Deutschland, Schweiz und Frankreich. Und wenn du da Zeit deines Lebens bist, dann ist es halt spätestens nach der Reifeprüfung, ist es halt dann so weit, dass man auch gerne mal was anderes sehen möchte. Deshalb sind alle meine Leute da, mit denen ich zur Schule gegangen bin, sind sie entweder nach Berlin gegangen, die ein bisschen hipper waren, oder nach Hamburg oder nach München. Also München war so quasi immer so der Standard, wenn man jetzt irgendwo woanders hin wollte, weil München war Freiburg nicht groß quasi. Nur dass sie halt noch einen bescheuerten Akzent haben als wir. Oder du bist in die Schweiz gegangen und niemand, wirklich niemand ist in den Pott gegangen. Die haben alle gedacht, hier ist irgendwie, hier schneid's Kohle und hier ist alles grau und hier pusten immer noch die Stahlwerke und Zechen irgendwie Billionen Tonnen von Dreck in die Luft. Naja, letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, war es dann irgendwie beruflich, was mich dann hierher verschlagen hat und ich habe es nie bereut. Also ich bin jetzt, ich habe jetzt bald, ich glaube, ich habe jetzt bald mein 20-Jähriges. Wenn es nicht dieses Jahr ist, dann ist es, glaube ich, nächstes Jahr. Aber ich glaube, es ist dieses Jahr. Ja, 20 Jahre Ruhrpott, da kann man eigentlich sagen, irgendwie, du bist eingebürgert hier. Ja, und dann beruflich, sagtest du, du bist beruflich hier hingekommen, alles schön und gut. Gut, irgendwie, Mountainbike bist du wahrscheinlich dann auch im Breisgau oder in Freiburg gefahren. Vor 20 Jahren irgendwie Mountainbike fahren war ja noch nicht so, sage ich jetzt mal, wie heute. Vor 20 Jahren irgendwie sahen die Bikes, glaube ich, ganz anders aus irgendwie. Und ja, ich sag mal so, Federweg und so, das gab es, glaube ich, zu der Zeit nicht wirklich. Und wenn, dann war es so sau toll, dass man es sich nicht leisten konnte. Wie bist du dann halt zu dem Mountainbike gekommen oder halt zu deinen Unternehmungen, die du jetzt betreibst? Tja, ja, das ist eine bunte Reise. Also tatsächlich, damals in Freiburg war ich gar nicht so ambitionierter Fahrradfahrer, um es jetzt wirklich mal so beim Namen zu nennen. Also das Fahrrad war damals eher so ein Fortbewegungsmittel. Und ich hatte mir tatsächlich auch ein Mountainbike mal gekauft, mein erstes damals. Das war, ich habe die Marke vergessen, ehrlich gesagt, aber es war halt ein Hardtail mit einer starren Gabel, mit Felgenbremsen und irgendwie, ach, keine Ahnung wie viele Gängen, 27. Also das war halt so ein Ding, mit dem man sich halt dann irgendwie von A nach B bewegt hat. Und auch mal gerne so ein bisschen Schotter, aber das war nichts Ambitioniertes, also gar nichts. Und ja, später, also das ist dann alles so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe mich dann in anderen Branchen bewegt und hatte mit Fahrradfahren gar nicht mehr so viel zu tun. Und dann irgendwann sind meine Freunde dann irgendwie auf dem, also meine neuen Freunde, die ich dann hier quasi kennengelernt hatte, sind dann irgendwann auf den Trichter gekommen, dass sie jetzt Downhill-Bikes total geil finden. Und ich hatte in meinem Leben noch nie ein Downhill-Bike gesehen und dann hat der eine sich dann irgendwann einen Norco Atomic gekauft. Okay. Und der andere gute Kollege, der Jens, hat sich dann einen Track Session 88 gekauft. Das haben die mehr damit gleichzeitig gemacht und haben mir dann diese Fahrräder präsentiert. Und ich dachte mir dann so, was zur Hölle ist das? Ja, also ich konnte das, ich konnte das nicht fassen, dass es solche Fahrräder gibt mit so viel Federweg. Und naja, dann haben die gesagt, ja, du hast ja auch noch da ein Mountainbike. Ich so, ja, ich habe das Mountainbike, was ich in Freiburg gekauft habe, das habe ich mitgenommen. Ja, und dann mit dem Hardtail da das erste Mal irgendwie so eine Halde runter, die wirklich ein ordentliches Gefälle hatte. Das war für mich, das war für mich echt nur Angst. Ja, okay. Also während die ganze schmeide ich da irgendwie mit Popo nach hinten und dann irgendwie lasse die Karre laufen, habe ich da wirklich Angstschweiß literweise verloren, weil es natürlich mit diesem Hardtail echt eine Katastrophe war. Und das war so ein Erweckungserlebnis, wo ich dann gesagt habe, okay, pass auf, also wenn du das jetzt ein bisschen ambitionierter machen möchtest, dann brauchst du auf jeden Fall ein neues Fahrrad. Und ja, zwischenzeitlich haben die mich dann halt natürlich auch noch mit den ganzen damaligen Filmen irgendwie gefüttert, ne, Cranked und Collective und was weiß ich noch, wie die alle hießen. Nochmal eben kurz ein Einwurf, also wo du gerade sagtest halt irgendwie mit dem Hardtail da runter. Also bei mir war ja das Ganze irgendwie, ich bin ja auch wieder erst eingestiegen 2012 und habe ja mein MacBook Pro damals verkauft, um mir dann halt einen Hardtail 29er sogar schon zu kaufen. Und dann war ich das allererste Mal auf der Hoppenburg und da war ein Typ irgendwie halt, kannte ihn nicht irgendwie und dann standst du da oben irgendwie bei dem Drop und guckst dann da so runter und ich war mit zwei Kollegen da und die sagten alle beide irgendwie, da fahr ich nicht runter. Und ich so, ach komm, irgendwie sterben wirst du eh irgendwann und ich bin dann halt da runtergefahren und vor mir war dann halt der Steini, der Name ist halt einfach immer sehr bekannt und dem bin ich einfach nur gefolgt. Und dann sagte er, wo wir unten an der blauen Brücke standen, jetzt fahr mir nochmal hoch und du lässt die Finger weg von den Bremsen. Ja, gesagt, getan, hochgefahren und dann bin ich nochmal runter und habe die Finger von den Bremsen losgelassen. Als ich unten ankam, ich weiß nicht warum, weshalb bis heute irgendwie, ich habe das Fahrrad genommen, ins Gebüß geschmissen, meine Schachtel Zigarette rausgeholt und habe den Steini, die zugeschmissen hat, zieh eine Zigarette raus. Ich kann gerade nicht, mein ganzer Körper wackelt. Und ganz ehrlich, das war so auch so eine kleine Initialzündung für mich irgendwie, ey Alter, das ist aber irgendwo geil. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so in dieser Art und Weise war. War das auch so eine Zündung für dich oder? Ja, total. Also es war erst mal, erst mal war es halt wie gesagt nur Angst, weil ich das halt überhaupt nicht gewohnt war, irgendwie mit einem Fahrrad so steile, also heutzutage würde ich sagen, das ist lächerlich. Aber damals war es natürlich unfassbar steil und mit dem Fahrrad war es auch unfassbar scheiße. Aber wie gesagt, die hatten mich dann zwischenzeitlich noch mit einer Menge Filme irgendwie vollgepumpt.